Moise, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau, ich bin der Blaufuchs und begrüße euch nach so einer kleinen, krankheitsbedingten Pause mal wieder zurück. Ich bin auch noch nicht wieder, vielleicht hört ihr noch nicht wieder so ganz auf dem Dämpfer, aber ich bin auf jeden Fall schon mal ein Schrittchen weiter. Jetzt müssen wir nur noch so genau mal analysieren, was da wohl so los ist und dann hoffe ich, dass mein Stimmchen bald wieder in Gänze strahlt und in seinem lieblichen Glanze für euch da wieder schallt. Ja, bis dahin versuchen wir es jetzt einfach mal. Also ich weiß noch nicht, wie lange das jetzt funktioniert, aber wir probieren es jetzt einfach mal. So, wir sind eigentlich aktuell dabei, unsere lustige Taverne weiterzubauen. Die ersten schlauen Füchse waren natürlich soweit und haben anhand meines gebauten Grundgerüstes das YouTube-Video identifiziert, das ich als Vorlage verwendet habe und sind extrem sofort in Panik ausgerastet. Ich könnte schwer enttäuscht werden, weil die Vorlage dieser Wunderband-Taverne nutzt Mods, um Schrägen hinzubekommen, die im Originalspiel nicht möglich sind. Dann ist mir bewusst tatsächlich, dass das nicht so genau funktioniert, aber ich hatte ja auch gesagt, das soll ja nur eine Vorlage sein. Also ich will hier eigentlich nur den Grundstock mir nehmen und danach gucken wir, wie es weitergeht. Also man will ja auch ein bisschen selber kreativ werden. Hat das zur Folge, dass das natürlich nicht so aussehen wird, wie das Original am Ende? Ja, selbstverständlich. Hat das zur Folge, dass das viel doller grubbelig-eckig sein wird? Ja, auf jeden Fall wird das so sein. Macht mich das jetzt frustriert oder traurig? Nö. Das war so geplant, aber mal gucken. Also natürlich, es ist etwas Mutiges Unterfangen für das erste Ding, was man mal so ein bisschen nach Vorlage baut, gleich etwas zu nehmen, wo Mods drin sind, die man nicht hat. Deswegen auch meine Frage immer nach den Blöcken. Ich bin mir nämlich nie sicher, ob das ein Block ist, den er sich da reingemoddet hat oder den es wirklich gibt. Aber ich sag mir immer, alles, was eckig ist, kann ich so oder so durch irgendwas aus Minecraft ersetzen. Und den ganzen anderen Kram, die haben auch so dünne Zäune und sowas, das gibt es halt hier nicht. Da müssen wir mal gucken, das baue ich irgendwie anders. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen, das kriegen wir hin oder was. Heute allerdings sollen wir wieder ganz im Zeichen des Rumeierns stehen. Ich finde nach so einer doch etwas längeren Zwangspause und noch ein bisschen Halsgedönse, da will man jetzt eher was Gemütliches machen. Und deswegen, ich habe ja schon gesagt, schon länger mal wird mal wieder Zeit für Server-Tour. Ich habe auch so ein paar Sachen eingereicht gekriegt. Ich muss gestehen, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich noch alles auf meiner Liste habe, weil das ist schon echt lange her. Deswegen an der Stelle schon mal wieder den Appell, wenn ich jetzt irgendwen vergesse oder jemand hat mal Bock, auf die nächste Server-Tour draufzukommen, bitte postet mir das am besten entweder unter dem YouTube-Kommentar oder auf Twitter oder unter dem YouTube-Kommentar, Alter. Unter dem YouTube-Video drunter, euren Claim. Einfach euren Red-Dingsbums, euren Red-Protect-Claim. Ihr müsst mich da nicht hinzufügen, ich kann da sowieso hin teleportieren. Also da braucht ihr den Fuchs nicht irgendwie adden oder so, ich brauche einfach nur euren Claim. Und dann sagt ihr mir, Fuchs, Allah, ich hätte mal Lust, dass du mich besuchst. Komm doch mal gerne vorbei. Und dann moge ich da. Und ja, aber für diese Tour wird das jetzt natürlich nichts mehr, aber bei der nächsten könnt ihr dann wieder mit dabei sein. Die heutige, die wird eh so ein bisschen freeside. Ich habe einfach mal so ein bisschen geguckt, wo hat sich ein bisschen was getan, wo weiß ich, dass da rumgewurschtelt worden ist. Und wir gehen heute mal weniger nach mir zugeschickten Claims, sondern einfach mal frei Schnauze wieder ein bisschen durch die Gegend gucken. Vor allen Dingen hier am neuen Spawn und schauen, was sich so entwickelt hat. Jetzt gucken wir aber erstmal unsere Taverne ein bisschen aus der Ferne an. Und ich muss sagen, ja, das klingt irgendwie wie bunter Sand. Das ist Sand. Das ist Sand. Der Fuchs ist aus Sand gebaut. Ich muss mich immer erstmal wieder reinfuchsen. In Anführungszeichen, weil für mich in meiner Minecraft-Welt gibt es nur den gelben Sand. Und dann irgendwann haben Schatz und ich erst ewig nicht mehr gespielt, weil wir dann halt irgendwann raus waren. Wir haben das ja so gesuchtet früher, das war ja nicht mehr normal. Also nächtelang im Studium haben wir Minecraft durchgedaddelt. Dann mein kleiner alter EPC, das war mein Studiumsrechner, das war so ein richtiger Cracker. Das Ding ging halt einfach irgendwann nicht mehr für ein vernünftiges Studium, weil da lief halt alles nur in winziger 1720 mal 748 Auflösung drauf. Und wenn du dann Word aufgemacht hast, vor allem die neueren dann mit den Ribbon Bars oben, dann hattest du noch gefühlt zwei Zentimeter in der Mitte, wo man aktiv arbeiten konnte. Das ging halt nicht. Das Ding habe ich dann ersetzt durch irgendwie einen billigen Laptop von, ich glaube, Lenovo oder so, der einfach ein bisschen größer war. Aber man will so ein Gerät ja nicht wegschmeißen, das kann er ja noch gute Dienste leisten. Deswegen wurde da dann einfach Linux drauf geballert, also wirklich Ubuntu in der Server-Version, damit das möglichst wenig frisst. Und da haben wir dann schön Minecraft drauf installiert und dann lief halt dieser EPC den ganzen Tag lang bei uns, stand auf so einem Schränkchen und fungierte als unser Minecraft-Server. Und er hat auch acht Spieler problemlos geschluckt, also wir hatten aber kein Red Protect oder sowas, weil das war damals nicht notwendig, das waren alles Kumpels von uns und Kumpelinen. Da konnte nichts schief gehen und dann haben wir da die Nächte durchgedattelt, aber die Nächte, also wirklich, um die Ohren uns geschlagen mit dem Gedöns und da ging noch nicht so viel. Also Minecraft war zu dieser Zeit noch, das könnt ihr euch gar nicht ausdenken, das war so viel weniger als es heute ist. Also wirklich, ich glaube, da konntest du nur, also da ging noch nicht viel und trotzdem, es hat halt gereicht, weil es war wie Lego und das hat dich motiviert. Wurde da gerne ins Turm nachgebaut und was weiß ich, war nicht, also ich ziehe jetzt mal diese Schuhe aus. Ja, das Schaf sagt es. So, Moment, wir gehen mal kurz nach Hause, ich rüste mal aus, rptpfuchsturm. Ja, und dann irgendwann war halt, war man dann übersättigt, dann hatte man keinen Bock mehr auf Minecraft. Und dann haben wir lange, 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 also wirklich, ich habe hin und wieder mir die Updates noch angeguckt aus Interesse am Anfang noch, aber ich habe es nicht mehr gedacht, ich habe nur geguckt, was kommt Neues. Jetzt habe ich so die ersten beiden Major-Updates gemacht und dann ist auch das eingeschlafen und dann ruhte Minecraft bei mir. Eine Ewigkeit, eine gefühlte Ewigkeit. Ja, und dann kehrte man zurück und man ward erschlagen, man ward einfach nur erschlagen von all dem, was da jetzt geht. Das war so krass, dass ich es gleich wieder aufgegeben habe, weil ich dachte, da kommst du ja nie wieder rein. Da kommst du ja nie wieder rein. Ähm, ja, und dann ruhte das, also und da weiß ich nur, dann habe ich wieder den Server aufgebaut. Für uns beide. Also der, tatsächlich wieder der alte EPC. Inzwischen gibt es den tatsächlich nicht mehr. Ich habe ihn inzwischen entsorgt, weil jetzt inzwischen, ne, dann haust du dir dann eher für so einen Server mit vier Leuten, haust du dir eben fix halt so eine Raspberry Pi dahin. Den kannst du problemlos 24-7 das Jahr lang laufen lassen, kostet 15 Euro an Stromverbrauch. Weißt du, da kann man mit leben. Aber, ähm, ja, wir haben es kurz wieder angezockt, aber es sprang nicht mehr so über. Also wir wollten halt eigentlich nochmal so ein zweites Nächte durchdadeln und so. Da hat man mal wieder Bock drauf gehabt, aber es, äh, es sprang nicht über. Und da weiß ich halt nur, Golfschule hebe ich mir auf, dass ich da seinerzeit nämlich dann den Server gestartet habe und landete in einer Wüste, in einem Canyon, hallo, und habe diese ganzen Farben gesehen und dachte, okay, Holy, was ist hier los? Was ist hier los? Und dann gab es diesen ganzen, ja, den ganzen Sand und sowas. Und das, das gab es halt damals nicht. Für mich war das schon aufregend. So viele neue Sandfarben und daraus dann so viele neue gebrannte Blöcke und Sandblöcke und, wow, was man da alles farblich mit anstellen kann. Unglaublich. Ja, das, so war das seinerzeit, ne. Hat uns zu, einfach zu sehr über, übermannt und dann haben wir es sein lassen. So ist das gewesen. So. Nun bringe ich noch das Seil weg. Also erste Folge fast nur gelabert, ne. Aber es muss ja auch mal sein, ne. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ich muss auch mit einem Stückchen Kaffee trinken. Also heute muss ich verstärkt öfter mal trinken. Da tut mir leid. Müssen wir aber durch. Übrigens gibt es ja jetzt, oder ist fertiggestellt, diese Harry Potter Minecraft Map, wo man dann einfach, ähm, im Harry Potter Universum rumeiert. Ich habe mir die schon gedownloadet. Ich hatte erst überlegt, da ein Let's Play draus zu machen. Aber ich finde, das eignet sich viel besser als so ein kleiner Stream. Deswegen der nächste Gaming Stream wird diese Harry Potter Minecraft Map sein. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich das nächste Woche mal. Eine kleine Lego Pause kann man ja mal einbringen. Muss mal gucken. Es bleibt ja im Harry Potter Team. So, ich will jetzt aufbrechen mit meiner wunderbaren Server-Tour. Und es ist selbstverständlich Nacht. Wir werden uns aber über die... Ich werde mich als Wetter und Sonnengott eben aufspielen. Aufspielen. Ich brauche Licht. Ich hoffe, das geht okay. Oder braucht gerade jemand von euch die Nacht? Immer mal freundlich fragen, weil wir widersetzen uns ja jetzt hier schon so ein bisschen den Regeln. Ist ja nicht jemand da. Oh ja. Mio Sota und die Oma. Nee, alles gut. Ja dann. Time, set, day. Bup. Man könnte jetzt auch warten und noch mehr Zeit rumeiern. Aber tut ja nicht, no, ne? Dann buchen wir mal Tag. Und ich will sagen, wir legen jetzt mal gemütlich los. Was habe ich mir denn so auf meine Liste geschrieben? Ja, ich will sagen, bevor wir mit der Liste anfangen, einfach erstmal gechillt normales rumlaufen. Wir laufen jetzt einfach erstmal los. Ich weiß nämlich, dass die Oma immer sehr fleißig ist. Und die Oma, die ist immer sehr zurückhaltend. Die Oma, die sagt nicht, ey, komm mal rum. Guck dir das doch mal an oder so, ne? Das passiert eigentlich nicht. Ich glaube, einmal. Bin mir gar nicht mehr sicher. Und deswegen, da muss man auch mal einfach aktiv werden und einfach mal selber hingehen. Und das ist heute auf jeden Fall einer meiner Pläne. Oh, warte. Ja, der Hafen ist offen. Ich wollte nur gucken. Unser wunderschöner Hafen. Dann, ja, siehst du, den Hafenweg. Guck mal. Nehmen wir alles zurück. Wir fangen mit dem Hafenweg erstmal an. Das passt nämlich ganz gut, weil Liska hat ihren Hafen auch gebaut. Das heißt, so sind wir im Team. So sind wir im Team. So können wir arbeiten. Fangen wir an. Also. Wir gehen nun erstmal hier wunderbar diesen schön definierten und designten Treppenaufgaben. Aufgang hinab. Ist das nicht wunderschön? Seht ihr diese, diese in die Wand eingearbeiteten Lampen? Das ist unfassbar. Also da hat der Künstler sich echt einiges bei gedacht. Also hat er gut gemacht. Oh, oh, oh. So, hier. Wir wollen den Aufgang hinabgehen. Gemütlich. Spiralisierend. Immer weiter, immer weiter. Aber wenn wir hier hinabgehen, fällt mir gleich ein, dass ich das Büro von Ulu noch nicht fertig gemacht habe. Siehst du, ist immer irgendwo noch eine Baustelle. Bei Minecraft wirst du auch nie fertig. Ist einfach so. Alter, wie lange ist das denn hier noch? Ah, wunderbar. Wenn man sich aufregt, kommt man an. So, hier ist Udo. Moin Udo. Oh, Udo hat gerade Mittagspause. Udo ist nicht da. Udo ist nicht da. Naja, gut. Aber der Blick ist schön. Der Blick ist schön. Und wie wir sehen, ist auch schon mal jemand angelandet. Denn hier sind Boote. Oh, guck mal. Das Eiszeug ist echt noch da. Uff. So. Dieses... Das sind ganz viele Boote. Also ein paar Leute sind ja definitiv schon mal angelandet. Oh, es hat den Vorteil, ich muss jetzt kein Boot bauen. Da ist auch eins. So. Ihr seht... Oh, Liska hat aufgefahren. Liska hat aufgefahren. Was haben wir denn hier? Erstmal diese Boje gucken. Zum Templerhafen. Das sind die Bojen. Ist ja cool geworden. So. Ich weiß nämlich nur, dass der Templar Assassin da sehr, sehr fleißig war. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Schändlicherweise habe ich es mir noch nicht angesehen. Der hat da sehr viel Eisen und sehr viel seiner Zeit investiert, um Bojen zu bauen. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier am Hafen um. Achtung. Das Betreten der Baustelle ist nicht gestattet. Huhuhuhu. Doch widersetze ich mich doch direkt. Guck dir das an, wie wir hier richtig die Rabauken. Richtig die Rabauken. Geh wieder hoch. Ich will nicht zu lange, sonst gibt das Megger. Aber das sitzt jetzt im Internet drin. Ja, das ist unser Hafen. Ich wollte ihn nochmal zeigen. Also es ist echt dafür, dass ich so gar keinen Plan hatte. Ist das okay geworden? Sag ich mal echt so. Hier sind so ein paar Fässer. Sowas fehlt auch noch ein bisschen Deko. Aber wir sind ja ein Personenhafen. Und weniger ein... Okay. Anleger. Hafenterrasse. Liebe Gäste, wir freuen uns, Sie trotz Corona in unserer Hafenstraße begrüßen zu dürfen. Ja, mal Abstand halten. 1,50 Abstand. Aber du siehst hier, Corona sorgt auch hier dafür, dass hier A leer ist. Hier ist keiner. Hier ist nichts los. So. Kasse, Essens- und Getränkeausgabe. Geschirrückgabe. Okay. Ja, der Ablauf... Wo bestelle ich denn? Fehlt Ihnen ein Getränk auf der Karte? Wir nehmen gerne Ihre Wünsche entgegen. Wo ist die Karte? Ich will sehen. Muss ich da reingehen? Hallo? Oh, hier. Oh, Essen. Tatsache, da ist sogar Essen drin. Muskatella. Kirschsaft. Trollinger. Honig, Mehl aus eigener Produktion. Ja, das geht ja jetzt, ne? Das geht ja jetzt. Corona extra. Kellerpilz und Kellerweißbier. Oh, Kellerbier ist ja lecker, ne? Kellerbier ist ja lecker. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, so hier, das ist ja quasi Frühschoppen, was wir hier machen. Wie spät haben wir das denn? 9.07 Uhr an einem wunderschönen Sonntag. Sonntag, der 26.04. Um das mal zeitlich einzuordnen, wo wir uns heute befinden. Oh, ich würde sagen, also jetzt würde ich nehmen Pommes, Rot-Weiß, eine Bratwurst und dazu ein Kellerweißbier. Das wäre so, zum Frühschoppen ist das das Erfrischendste, was du machen kannst. Oder, wenn vorhanden, nehmen wir auch einfach nur Brötchen mit ein bisschen Wascht. Brötchen mit Wascht und Frischkäse und so. Und eine Scheibe Käse und ein bisschen Marmelade. Und dazu aber Kellerbier. Dunkel wenn geht. Das darf ruhig ein bisschen Geschmack haben. Oder würde ich mich da jetzt hinsetzen und das Wasser genießen, den Fischen zusehen. Ne? Schön wär das. Aber, das mogen wir natürlich nicht. Wir sind hier konzentriert. Habt ihr ein paar Flügel gebracht? Gruß Falke. Ach ja, der Falke hatte der guten Liska ein paar Flügel gebracht. Hier hilft man sich untereinander auf diesem Server. Das ist nun mal so, ne? Achtung, das Betreten der Baustelle ist nicht gestattet. Der Baum ist neu. Hui. Wir dürfen das, ne? Ich hab Erlaubnis. Gut, hier ist aber nicht viel. Hier ist nur Wald. Aber ich finde, das ist ein ganz schnuckeliger Hafen geworden. Vor allen Dingen hier mit dieser Glasbordüre da oben drumherum und unten. Das sieht ganz gut aus. Und hier hat auch so ein bisschen Deko, ne? Hier, diese Tische sind cool. Dann da so ein paar Blumentöppe dran. Das ist schon muggelig, ne? Das ist schon muggelig. So, dann gehen wir nochmal nach unten. Oh, die Stimme, die sagt schon wieder, Fuchs. So, was tust du hier? Warum tust du das? Ja, sie hat ja recht. Sie hat ja recht. Ich war gestern auch so krank und dachte, das geht jetzt nicht. Ich will ja auch selber weitermachen, weißt du? Das ist ja das Problem. Ich habe da echt meine Probleme mit, dann da zu sitzen und dann jetzt nicht weiterzumachen. Nur weil es halt wehtut. Xardas Grotte. Oh, Xardas hat kein Turm mehr. Xardas ist in der Grotte. Ich wusste doch, der alte Meister ist hier irgendwo. Xardas, wo bist du? Xardas? Ach, so grandioses Game. Grandioses Game. Ich will ja unbedingt Classic 1 und 2 nochmal let's playen. Wirklich. Ich habe da so Bock drauf. Aber ich habe so Angst davor. Die Community von Gothic ist eine besondere Community. Da darfst du nicht so doll verkacken. Wenn du da verkackst, gib es aufs Maul. Da gibt es volles Pfund aufs Maul. So ein Blaufuchshafen. Liskas Hafenterrasse. Oh, hier fließt aber die Lava lang. Das mutig, ne? Das mutig. Da muss sich der Architekt ja auch gedacht haben. Ja, guck mal hier oben. Da kommt so ein krasser Lavastrom den Berg hinunter. Könnte mich umbringen. Schmilzt alles. Oh, hört hier perfekt auf. Da werde ich erstmal zwei Holzschilder hinstellen, ne? Was soll passieren? Oh, hier kann man durchlaufen. Ah. Das wusste ich nicht, dass das geht. Wieder was gelernt. Ich dachte, das wäre so fest und undurchdringlich. Ich sah das Grotte. Dann schauen wir uns mal hier um. Ach, guck mal. Das ist die Unterseite der Brücke. Das ist ja cool. Das ist cool gemacht. Sieht doch, also das sieht ja mal auch hier mit dem Wasserpflanzen, ne? Oh, Falke ist da. Moin, Falke. Grüße gehen raus an den Falten. Predator Grotte. Predator Grotte. Xardas. Liskas. Guten Morgen zusammen. Wasserweg nach New Fox. Das ist der Wasserweg. Oh, holy shit. Die Predator Grotte. Dann sollten wir hier vielleicht mal mit dem Boot langfahren und nicht so wie... Weißt du, wieder mal nicht verstanden, ne? Wieder mal nicht verstanden, was hier abgeht. Ich dachte nicht, dass das der Wasserweg wäre. Dafür sah das einfach voll designt und so aus. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Mega hübsch. Na, wieder besser mit der Stimme. Oh, geht so. Geht so. Ist der Leistungsdruck. Der Leistungsdruck, der kickt. Der Leistungsdruck, der Leistungsdruck. Ja, ich muss nächste Woche nochmal zum Doktor und dann schauen wir mal. War die Woche, war die Woche noch nicht wieder beim Blocktor. Wieder beim Block. Der brauchte erst noch die Ergebnisse vom Krankenhaus. Ja, aber schön für die alle, die sich gefragt haben, wo bleibt denn jetzt hier die ganze Zeit Minecraft, Huggi? Weil das muss man immer sagen, viele verstehen ja nicht, wie das so funktioniert bei mir mit dem YouTube. Ich habe ja jetzt gesagt, ich nehme immer am Stück auf. Finde ich auch ganz nice. Macht einfach mehr Spaß, ne? Habe ich nämlich schon wieder gegenwiedersetzt, weil Witcher 3 läuft auch wieder so nebenbei. Aber Witcher, äh, Witcher 3 ist ja schon, Witcher 1. Aber Witcher, das geht wohl. Da bin ich ja im Game. Das kenne ich in und aus. Also ich kenne das Spiel nicht aus, aber ich kenne die Mechaniken, ich kenne die Charaktere, ich kenne die Story. Da kann ich jederzeit einfach so wieder reinspringen, auch nach vier Wochen Pause, weiß ich, wo wir waren und wie es weitergeht. Das ist bei neuen Spielen aber immer scheiße. Vor allen Dingen, wenn du die dann so hast. Also mein Paradebeispiel, das mich halt dazu gebracht hat zu sagen, nööööö, das brauchen wir jetzt nicht mehr mit dem sieben Tage Pause, dann zweieinhalb Stunden spielen, sieben Tage Pause, zweieinhalb Stunden spielen. War halt echt Kingdom Come Deliverance. Weil es halt so schön gezeigt hat, wie doll man dann nicht in ein Game einsteigen kann. Ich kannte zwar die Charaktere, ich liebte die Welt, aber das Kampfsystem und ich, wir sind niemals eins geworden. Und ganz viele Leute schreiben mir immer in den Kommentaren, wie kann das denn sein, dass du es nicht gebacken kriegst? Das ist doch gar nicht so schwer. Da muss ich widersprechen, das System ist auf Realismus gefußt und es ist durchaus schwer. Aber wenn man sich da reinarbeitet, Grüße gehen auf seinen Falken, der das aktuell spielt und mir einmal berichtet, wie es bei ihm so läuft. Vielen Dank dafür, ist immer nett. Komm, wir ziehen in den Frieden. Das klingt auch so endgültig. Bärküte, Katzenkörbchens, Steinkreis. Und dann ist schon eine andere Nummer. Und dann hast du halt das Problem, dass du bei Kingdom Come Deliverance sowieso nicht die ganze Zeit am Kämpfen bist. Bärküte, Templerfeld, Templerhafen. 6, 8, 9, Arena, Steinkreis, Katzenkörbchens. Wir gehen aber ein bisschen lang. Und ja, dann kämpfst du im Spiel schon nicht viel, weil das da vor allen Dingen am Anfang echt selten passiert. Man kann natürlich sich mit seinem Trainer da dann austoben und da ganz viel lernen und so. Das kann man ja machen. Das steht einem frei und dann durchdringt man das auch und dann wird man auch viel stärker. Das ist das, was ich am Anfang halt nicht gemacht habe. Bärküte, Schocknies, Naturschutzturm. Auch hier waren wir schon mal. Okay, das kennen wir alles. Das hätte man am Anfang halt viel mehr machen müssen. Ich hätte am Anfang direkt dann erstmal schön ein, zwei Stündchen einfach nur auf diesem Trainingsplatz trainieren sollen. Damit steigerst du deine Stärke und auch den Umgang mit den Waffen und lernst natürlich selber das Kampfsystem viel besser. Und das funktioniert aber nicht, Johan. Das funktioniert halt nicht, wenn du ein Spiel immer nur alle sieben Tage kurz mal spielst und dann auch in den sieben Tagen, in diesen zwei Stunden, die du dir dann gibst, nicht gekämpft wird. Da hast du ja teilweise dann Spielaufnahmezeit von vier Monaten, wo ich nicht ein einziges Mal gekämpft habe. Und nach vier Monaten kommt dann die Situation, dass du wieder kämpfen musst. Ihr habt das ja vielleicht mitbekommen. Da raffte ich dich mal bei welchem Knopf, ich drücken muss, um zu blocken und sowas. Wie willst du denn dann ein Kampfsystem verstehen? Aber ja, mein Leid klage ich euch dann im nächsten Part weiter, während wir hier entspannt uns weiter den Weg anschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe ich, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumeline da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dann! Vielen Dank.